Hi Leute, willkommen! Heute mal was ganz anderes, was Neues am Kanal. Ich spiele ja privat auch den Football Manager, das heißt nicht nur, wenn ich für euch aufnehme. Meistens am Abend, während im Fernsehen oder so. Und da gibt es auch immer wieder Spielstände, die richtig cool sind, wo coole Dinge passieren, worauf ich mich einfach schon wahnsinnig freue. Und da ist mir jetzt mal die Idee gekommen, ich zeige euch einen dieser Spielstände. Und ja, ihr könnt schon erkennen, mit wem es ist. Es ist mit dem SK Sturm Graz, also mit meinem quasi Heimatverein, weil ich ja selbst Grazer bin und Sturmfan bin. Und vielleicht erkennt ihr auch schon auf den ersten Blick, dass es für mich alles andere als gut aussieht. Ja, konkret möchte ich gleich mal vorwegnehmen, im Football Manager 2016 habe ich es noch nie geschafft, mit dem SK Sturm Graz erfolgreich zu sein. Ich weiß eigentlich gar nicht, woran das liegt, weil der Kader durchaus Potenzial hätte. Ich habe verschiedenste Taktiken probiert, verschiedenste Überlegungen, Planungen gemacht. Ich habe verschiedenste Spieler gekauft und so weiter und das hat irgendwie nie funktioniert. Mittlerweile ist es sogar so, dass ich Achter bin, finanziell in den Schulden drin bin, obwohl ich nur nach dem Budget gehandelt habe. Auch sehr spannend. Und ja, der ganze Spielstand ist jetzt so, dass wir gerade eben der Winterpause sind. Und wenn man sich das alles hier so anschaut, die Vorbereitung war ausgezeichnet. Also wir haben hier gegen die Roma im Elfmeterschießen gewonnen. Wir haben gegen Inter im Elfmeterschießen verloren. Knapp nur 1-2 gegen Lazio verloren. Also gegen absolute Top-Vereine, nachdem wir alle anderen schwächeren Gegner besiegt haben. Also die Vorbereitung ist super gelaufen und dann ist es eigentlich schon losgegangen. Pokal zwar weiter, aber gleich mit zwei Niederlagen gestartet. Ja und dazwischen sehr, sehr viele Unentschieden. Dann kam mal wieder eine Siegesserie. Aber grundsätzlich hat es halt gerade jetzt gegen Ende vor der Winterpause nicht mehr funktioniert bei mir. Das heißt, ich habe hier gegen die Austria 2-0 auswärts verloren, gegen die Admira auswärts 2-2. Und dann habe ich begonnen, mein Konzept zu überarbeiten. Ich habe mir gedacht, okay, ich will nicht zu viel verändern. Und habe meine Taktik neu gestaltet. Interessanterweise genau vor der Partie gegen Red Bull Salzburg, was richtig, richtig heftig war. Und ab dem Moment habe ich mir dann gedacht, okay, gut, ich muss diesen Spielstand irgendwie retten. Ich muss diese Kurve kratzen. Konkret war das Spiel gegen Salzburg ein absoluter Wahnsinn. Ich muss jetzt kurz mal schauen, wie ich die Highlights ansehen kann. Die kann ich hier noch ansehen. Bis zur, ich weiß gar nicht, 92. Minute habe ich noch 2-1 geführt. Und dann sieht man plötzlich, ich überlege gerade mal, hier war das 1-0, glaube ich mal. Ist interessant, ich habe das Ganze eigentlich, den Spielstand auf dem Notebook. Aber, ja, hier sieht man auch die Entstehung. Biesinger, interessantes Zweikampfverhalten und dann plötzlich gelangt der Ball irgendwie zu Minamino. Dumme, dumme Aktion eigentlich und der macht das 1-0. Okay, ich eigentlich schon wieder negativ gedacht. Habe dreimal gewechselt, wie ihr da den Link sehen könnt. Zur Aufstellung und zu meinen Spielern selbst komme ich dann später noch. Christian Dobras, Klemm. Da sieht man jetzt eigentlich eh schon die Entstehung. Also viel über die Flügel, Christian Dobras nach Pass von Avdiay mit dem 1-1. Dann ist irgendwie so das Gefühl gekommen, nachdem wir sie eh spielerisch komplett dominiert haben, da geht noch was. Genauso war es dann eigentlich auch. Esser mit der Flanke, schnell auf die Flügel abgespielt. Potsmann auf Horvath. Horvath da alleine. Aber das hat auf jeden Fall schon ganz gut ausgesehen. Stankovic zieht dann nach innen. Avdiay. Und wieder Stankovic. Dann in Führung. Endlich verdient. Ich habe mir gedacht, okay, perfekt. Richtig schöner Schritt aus der Krise. Und dann passiert das. Links oben seht ihr die Zeit. 91. Minute. 92, also 2 Minuten Nachspielzeit wurden angezeigt. Ich war in der Offensive. Stankovic verliert den Ball. Mukta schlägt den Ball nach vor und Amari zieht so ab. Was soll man in der Situation machen? Gleich mal blöd gesagt. Das war auf jeden Fall irrsinnig bitter. Das wäre ein richtig schöner Schritt aus der Krise hinaus gewesen. Dann ging Alter auch noch mit einer dummen Aktion 0-1 verloren. Der Vorstand hat mich dann schon hereingebeten. Ich habe sie besänftigen können, sodass sie mir noch Zeit geben. Und ja, dann kam die Winterpause. Und ich musste als Achter überwinden, obwohl ich da vorne, muss man schauen, hier sieht man es, da war ich noch Fünfter zu dem Zeitpunkt. Und dann gebe ich es plötzlich ab auf Platz 8, weil einfach hier alles zwischen Platz 5 und Platz 8 wahnsinnig eng miteinander ist. Und jetzt habe ich gerade durch diese Niederlage, bin ich da jetzt einfach abgerutscht. Relativ spannend. So, jetzt seht ihr hier, gegen zwei sehr starke Gegner, also gegen Heidenheim und Kaiserslautern, habe ich einmal knapp gewonnen, einmal knapp verloren. Gute Vorbereitung gespielt, gegen Deutschlandsberg, knapper Sieg, gegen St. Pölten, knapper Sieg. Und jetzt steht dann die Partie gegen Ried auf dem Programmhof, das freue ich mich auch schon. Und das ist meine Mannschaft. Vorstellen möchte ich sie euch deswegen, weil ich mir einfach denke, dass es ein cooles Team ist, das richtig viel Potenzial hätte. Und ich hoffe auf jeden Fall, ich werde euch da auf dem Laufenden halten, wie es mit diesem Spielstand weitergeht. Ich hoffe, dass ich die Kurve kratzen kann. Also, ich habe die Mentalität auf Standard, dann bin ich relativ flexibel. Ich habe auch eingestellt, dass sie weiter aufrücken sollen. Und wir spielen auch mit mehr Pressing. Deswegen weiter aufrücken, weil wenn ich die Gegenspieler früh attackiere, dann müssen wir auch schauen, dass die Abwehrspieler weiter vorne stehen. Damit wir auch hier quasi in dem Raum, in dem wir attackieren, alles enger machen, dass der Gegner es dann wirklich schwer hat, sich zu befreien. Da wir über die Flügel spielen, wie immer hinterher laufen. Das heißt, dass die Außenverteidiger ordentlich Dampf machen. Da haben wir auf links Christian Klemm, der sich mittlerweile sehr stark entwickelt hat. Rechts hinten habe ich mir jetzt Patrick Farkasch geholt von Mattersburg. Was habe ich gezahlt? Eine Million, ist er jetzt auch wert. 14.000 im Monat als Stammspieler. Zuvor habe ich es probiert mit, wo haben wir ihn? Wo haben wir ihn wirklich? Marvin Potsmann. Von den Leistungen her sieht es da eigentlich gar nicht so schlecht aus. 7,13, aber teilweise so haarsträubende Fehler. Tanju Kaihan ist für mich ein Spieler, der zum einen überzeugte ihn echt nicht, zum anderen überzeugte mich im Spiel auch absolut überhaupt nicht. Leider bin ich keinen von den beiden dann irgendwie los geworden. Ich wollte sie verleihen, beziehungsweise Kaihan wollte ich sogar verkaufen. Beides nicht geklappt. Dementsprechend bin ich leider absolut überbesetzt. Aber was soll's, meinen Wunschspieler habe ich gekriegt. Schauen wir mal, wie er sich macht. In der Innenverteidigung Spendlhofer ist da absolut unangefochten. Da sind auch immer wieder Vereine an ihm dran. Das ist ganz klar mit 22 Jahren und den Fähigkeiten. Da werden immer wieder Angebote kommen. Ich schätze, im Sommer wäre ich ihn dann eh nicht mehr halten können. Ja, Aflonidis, die Leihgabe der Grieche, der unglaublich viele Fehler gemacht hat. Jetzt ist sein Marktwert mittlerweile schon auf 275.000 unten. Ihr seht es auch bei den Durchschnittsnoten. In der ersten Elf ist er da mit Abstand der Schlechteste mit 6,5. Grauenhafte Vorstellungen. Ich habe ihn immer wieder mit Wilson Kammer-Wuacker getauscht. Habe auch immer wieder Christian Scheusengeier die Chance gegeben als jungen Österreicher. Aber so richtig zufrieden bin ich nicht. Und ich glaube, wenn ich Michael Madl hätte, der Sturm jetzt leihweise mal verlassen hat, würde ich in der Tabelle wesentlich besser aussehen, weil Aflonidis mich sicherlich zwei bis drei Partien gekostet hat. Gut, im Mittelfeld davor zum einen Piesinger als richtigen Abräumer. Der hat jetzt mittlerweile auch schon einen Marktwert von einer Million. Ist für mich als Zerstörer einfach perfekt. Der ist als Ballerobernder Mittelfeldspieler auf Unterstützung. Das heißt, er soll da die Löcher zuräumen, die Gegenspieler unter Druck setzen. Zum anderen habe ich Sandi Lovric dabei als defensiven Mittelfeldspieler. Bei der Rolle hält er die Position wesentlich besser. Und man sieht, wenn man da reingeht, der Junge ist erst 17 Jahre alt, hat schon einen Marktwert von 900.000. Und ich habe ihn glücklicherweise schon zweimal verlängert. Ich habe einmal bis 2018 verlängert und dann gleich nochmal bis 2019. Ein Spieler, von dem ich irrsinnig viel halte. Und bin gespannt, wie er sich weiterentwickelt. Dann gehen wir ins Mittelfeld. Links haben wir Christian Dobrass, der sich jetzt gegen Ende des Herbstes bei mir immer besser entwickelt hat. Auch ein sehr interessanter Spieler. Mittlerweile 1,4 Millionen Euro Marktwert. Markus Dankowitsch war lange verletzt. Auch 1,1 Millionen Marktwert. Ist im Zentrum sicher besser aufgehoben. Ich habe ihn jetzt aber auch auf dem Flügel, weil er mit Antritt 12 Ausdauer 13 nicht schlecht ist. Und flanken kann er auch. Flanken 12. Da wechsle ich aber immer wieder. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Sascha Horvath, ein Spieler, von dem ich extrem viel halte. Ist ja mein Nachbar quasi. Man sieht schon seine Stärken, Technik, Dribbling, Ballannahme, Passen, Beweglichkeit. Dementsprechend habe ich ihn im Zentrum, wo es einfach immer wieder eng wird. Weil er sich aus diesen Situationen, auch durch 1 gegen 1 Situationen, sehr, sehr gut befreien kann. Gut. Die Stürmerposition ist wieder ein Thema. Ich habe Roman Kinas gehabt, von dem ich nicht viel halte. Ich hatte Bright Edom Monji, der einen unglaublichen Marktwert hatte, der mich aber auch spielerisch nie überzeugt hat und habe den ersetzt mit einem gewissen Fran Sol. Einem 23-jährigen Spanier. Den habe ich geholt für... Ich habe ja keine Ahnung. Wo sehe ich denn das? Da ist es auf den ersten Blick, glaube ich, gerade nicht erkennbar. Oder ich bin zu blöd dazu. Normalerweise steht es auch hier. Meilensteine. Also insgesamt, da steht eigentlich alles. Chronik, Karrierestatistik, vielleicht da irgendwo drin. Ich bin gerade echt blind, oder? Auf jeden Fall habe ich ihn sehr oder relativ günstig bekommen. Ich finde es leider gerade wirklich nicht. Doch, da. 750.000 habe ich gezahlt. Mittlerweile hat er einen Marktwert von 1,1 Millionen. Und der Typ hat sich richtig gut entwickelt. Also ich kann ihn euch nur empfehlen. Rechts unten seht es 14, einsätze 6 Tore. Klingt jetzt vielleicht nicht atemberaubend, aber ich glaube, dass der sich, vor allem wenn er jetzt noch länger in der Mannschaft ist, immer besser einspielen wird. Ein Spieler, den ich absolut empfehlen kann. Und ja, in meinem System, dadurch, dass ich viel über die Flügel spiele, ist er mir fast ein bisschen zu klein. Ich habe das System im Nachhinein erst umgestellt. Ich bräuchte da eigentlich jemanden, der fast an die 1,90 ist, damit wir da mehr über die Flanken zu Toren kommen. Aber er macht sie einfach aus dem Spiel heraus irrsinnig, irrsinnig gut. Welche Spieler sind noch erwähnenswert? Ich habe einen David Smoyanovic verpflichtet. 18 Jahre alt, 120.000 Marktwert, hat bisher zwei Einsätze gehabt. Ich will ihn schon langsam, aber sicher an die Mannschaft heranbringen. Rechts oben seht ihr das jetzt gerade nicht. Hat eineinhalb Sterne derzeitige Fähigkeit. Potenzial liegt bei vier Sternen. Also ein Spieler, der auch von den Fähigkeiten her sieht, man hier ganz gut riesiges Talent hat. Von dem erwarte ich mir dann auf jeden Fall einiges. Ich hoffe, dass ich lang genug beim Verein sein kann, um das dann auch auszuleben. Liko Giannis, sehr interessanter Spieler, den ich wahnsinnig gerne habe. Wenn Clem jetzt nicht gerade in so einer Überform wäre, dann wäre er ähnlich bei mir gesetzt. Vor allem, was mir an ihm sehr gut gefällt, ist, dass der körperlich ein bisschen mehr drauf hat, als der Christian Clem. Mit 1,86 ist das schon was ganz anderes. Kraft 15. Ist eine ganz andere körperliche Präsenz. Der war auch offensiv. Man sieht es bei Flanken 13, passen 13, Weitschüsse 14. Der kann offensiv alles auf links spielen und auch ordentlich Dampf machen. Sehr interessanter Spieler, den ich euch nur empfehlen kann. Christian Grazai habe ich auf der Bank als erfahrenen Torhüter. Ich persönlich halte ja nicht mehr so viel von ihm. Vertrag läuft noch bis 2017. Das ist ziemlich bitter. Ich lasse ihn halt. Wobei ich versucht habe, schon ihn loszuwerden, aber mir ist es nicht geglückt. 22.000 Gehalt im Monat ist nicht unbedingt das, was ich mir für einen Ersatztorhüter vorstelle. Wilson Kamawaka habe ich immer wieder im defensiven Mittelfeld oder in der Verteidigung. Hat die Saison auch schon 21 Einsätze. Und als Rotationsspieler perfekt. Also sehr vielseitig, zumindest im Zentrum und ist ein Spieler, der bei mir immer relativ gute Leistungen bringt. Andreas Gruber ist jemand, mir kommt es so vor wie in echt. Es ist alles okay, was er macht, aber es ist nichts irgendwie weitbewegend. Er ist 20, also noch relativ jung, auch relativ günstig. Bringe ich immer wieder, um frischen Wind zu bringen. Hat noch gewaltig Potenzial. Zurzeit ist er nicht so der Hammer. Daniel Offenbacher. Zudem möchte ich generell bei Sturmal etwas sagen. Er wird ja von Franco Fodor immer wieder als Sechser eingesetzt. Er hat einfach seine Stärken im zentralen offensiven Mittelfeld. Das ist in echt so und das ist im Spiel so. Dementsprechend kann ich ihn hier auf der Position, auf der Sechs, kaum einsetzen. Auf der Acht ist er gut und auf der Zehn gefällt er mir persönlich am besten. Man sieht es auch an den Fähigkeiten. Er hat wirklich was drauf. Deswegen ist es für mich fast ein bisschen schade, dass ich es nicht schaffe, ihn öfter einzusetzen. Aber ich bin da gerade offensiv im Mittelfeld sehr, sehr gut besetzt mit Horvath, Stankovic oder auch einem Donis Avdiel. Ein Spieler, von dem ich mir immer viel, viel erwarte. Es ist in echt so, es ist in FIFA so, es ist im Football Manager so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in dem Spielstand bin ich ein bisschen enttäuscht von ihm. Seine Werte sind ordentlich. Das sieht man eh hier. Beweglichkeit 17 ist natürlich heftig, Abschluss 15 ebenso. Aber so hundertprozentig überzeugen tut er mich spielerisch einfach nicht, auch wenn seine Durchschnittswerte, hier könnt ihr die sehen, ganz in Ordnung sind. Hundertprozentig, wie gesagt, bin ich nicht zufrieden mit ihm. Marktwert hat er 775.000. Das klingt jetzt nicht so viel, wobei ich ganz sicher ziemlich tief in die Tasche greifen müsste, um ihn zu holen. Ich werde da gleich mal eine Anfrage starten. Aber grundsätzlich, ja, wie gesagt, bin ich ein bisschen enttäuscht. Vielleicht wird es jetzt in der Rückrunde etwas besser mal sehen. Ein Spieler, den ich notgedrungen gekauft habe, war Patrick Seger. Das ist ja ein Transfer. Ich habe ihn für 150.000 verpflichtet. 220.000 ist er wert. Also er hat seinen Wert quasi sogar steigern können. Es ist einfach so ein Allrounder, den ich haben wollte, weil ich jemanden gesucht habe, der Stürmer spielen kann. Das kann er. Er hat auch einen Abschlusswert von 14. Kann aber auch ganz gut am Flügel eingesetzt werden. Nur muss man ganz ehrlich sagen, ich habe ihn dreimal von Beginn angesetzt, dreimal eingewechselt. Kein einziges Tor, keine einzige Vorlage. Und auch die Durchschnittsnote von 6,7 in der Bundesliga ist alles andere als überzeugend. Richtig schade drum, aber als Backup sind solche Spieler immer ganz in Ordnung. Dann haben wir Jimmy Chago oder James Chago. Der Australier, der ja im Sommer zum Sturm gewechselt ist, hat mich jetzt bisher gar nicht überzeugen können, weil ich eigentlich finde, dass defensives Mittelfeld nicht unbedingt eine Baustelle bei Sturm ist. Oder zumindest in dem Spielstand nicht ist. Ich bin da sehr gut aufgestellt mit Piesinger, Kammer, Walker und Lovric. Dementsprechend ist Chago nur die vierte Wahl. Er hat sich in den Freundschaftsspielen nicht so schlecht gemacht. Man sieht auch, er hat eine Durchschnittsnote von 7,2. Das ist ziemlich, ziemlich stark. Spielt aber jetzt hauptsächlich bei der Reserve, was eben Schadrom ist. Wenn ich vorher kurz erwähnt habe, ist ein junger Innenverteidiger namens Christian Scheußengeier von Rapid gekommen. Den habe ich jetzt auch erst zweimal bei der Stammmannschaft eingesetzt und siebenmal bei den Amateuren. Hat noch Potenzial, ein ganz großer wird er nie werden. Hat jetzt durch das Schwächeln von Aflonidis immer wieder gespielt. Aber ja. Gut, dann habe ich noch einen gewissen Lukas Unterlader aus der Reserve geholt. Lag jetzt vor allem daran, dass ich einen Ersatztorhüter gebraucht habe, weil ich glaube ich gerade sehr verletzt war oder so. Und wenn ich noch geholt habe, noch einen Ersatzstürmer jemanden. Ich wollte einen erfahrenen Mann, der auch durchaus Leistung zeigen kann. Das ist jetzt mal Michael Fossel. Der hat auch, bisher habe ich ihn einmal von Beginn an spielen lassen, zweimal von der Bank aus und er hat auch schon getroffen. Ist auf jeden Fall ein Mittelstürmertyp, der sich körperlich normalerweise nicht so schlecht durchsetzen könnte. Jetzt hat er noch mehr Kraft und Schnelligkeit. Da gehen die Werte halt beim 34-Jährigen runter. Aber ich wollte einfach einen erfahrenen Mann haben, der mir nicht viel kostet und der war halt ablösefrei. Dann habe ich ein paar interessante Spieler verliehen. Tobias Schützenauer zu Hartberg. Richtig interessanter Spieler, aus dem auf jeden Fall noch was werden wird mit seinen 18 Jahren. Den kann ich euch nur empfehlen. Entwickelt sich auch immer sehr, sehr gut. Ebenso Philipp Seidel. Großes Talent, jetzt auch an den FAC verliehen, entwickelt sich auch hervorragend. Also mit dem werde ich auf jeden Fall auch noch planen. Und genauso ein Sebastian Mann. Gut, dann haben wir David Schnaderbeck. Den habe ich eigentlich nur verliehen, weil ich ihn nicht verkaufen konnte. Sein Vertrag läuft jetzt aus, den lasse ich auch auslaufen. Warum? Weil ich auf diesen Positionen absolut überbesetzt bin. 23 ist jetzt auch nicht so, dass er ein ganz großes Talent wäre. In echt hat er mittlerweile seine Karriere sogar beendet. Aufgrund von gesundheitlichen Problemen, was richtig schade ist. Also da tut ihm auf jeden Fall leid, auch wenn es bei ihm nie für den großen Sprung gereicht hat. Dann habe ich noch verliehen einen David Schlaufer von Beginn an schon zu Elversberg. Und er macht sich dort jetzt extrem gut. Also man sieht hier 30 Einsätze, 10 Tore. Auf ihn freue ich mich auf jeden Fall schon, wenn er zurückkommt. Ich weiß noch nicht, auf welcher Position ich ihn einsetzen werde, aber da gibt es einige interessante Positionen. Wäre eine Möglichkeit, Stadtsdankovic, der ja immer älter wird und auch weil Abdi jetzt weggeht. Also da freue ich mich auch schon, wenn der David dann zurück ist. Und Michi Madl haben wir natürlich auch noch. Der ist in echt ja auch an Fulham verliehen. Die haben auch eine Kaufoption in der Höhe von 1,4 Millionen. Also er kommt ein bisschen Geld in die Kasse. Aber der bringt halt richtig gute Leistungen bei Fulham. Also 25 Spiele hat dort schon ein Tor erzielt, sieben weitere vorgelegt. Dementsprechend werde ich den eher nicht bekommen. Gut und vielleicht noch als letztes kurz erwähnenswert in der zweiten Mannschaft, wenn ich ihn finde. Ich habe da noch wen verpflichtet. Den habe ich auch verliehen zu Wiener Neustadt. Ablösefreier Brasilianer. Den habe ich mir eigentlich geholt, weil ich davon ausgehe, dass sowohl Piesinger als auch Lovric im Sommer weg sein werden. Die werde ich nicht halten können. Der soll sich jetzt mal 4400 im Monat ist nicht viel. Soll jetzt mal bei Wiener Neustadt ein bisschen österreichische Fußballluft schnuppern. Und den werde ich dann aufbauen für den Sommer. Und einen Spieler habe ich glaube ich da noch irgendwo Sturm und ein paar sehr interessante Talente. Aber ich finde gerade nicht wen ich hier noch gemeint habe. Wenn ich ehrlich bin, gehen wir mal kurz auf die Transfers. Sebastian Siller, der kommt auch noch genau. aber keine laufenden Verhandlungen. Ja, ich weiß nicht. Irgendwo habe ich da jemanden verpflichtet. Und zwar von St. Belton war das. Aber ich habe echt keine Ahnung mehr wer das war. War der ein Diendorfer? Wurde er das? Ne. Aber der hat auch bei St. Belton vorher gespielt. Ne, ich weiß es nicht mehr. Wird auf jeden Fall nicht zu wichtig gewesen sein. Wobei er schon ein interessantes Talent war. Vielleicht kriege ich das so noch raus. Ne, keine Ahnung. Gut Leute, ich sage mal danke fürs Einschalten. Ich werde sowas vielleicht mal öfter machen, wenn ich privat einen Spielstand habe, den ich euch zeigen möchte. Ich hoffe, dass euch das jetzt auch mal so interessiert hat. Ich habe euch jetzt ein paar Spieler näher bringen können. Vielleicht der ein oder andere auch interessant für ein Let's Play von uns. Wir werden auf jeden Fall sehen. Sebastian Mann habe ich ja aktuell bei Austria-Salzburg geliehen. Und ja, ansonsten würde ich mal sagen, kleine Challenge an euch. Ich fordere euch jetzt mal dazu heraus, schickt mir dann Screenshots. Versucht mal mit dem SK Sturm Graz erfolgreich zu sein, wenn ihr ein neues Let's Play für euch sucht. Versucht diese Herausforderung. Wie gesagt, mir ist es im 16er noch nicht gelungen. Im 2015er ist es mir gelungen. Da bin ich sogar mal Meister geworden. Vielleicht habt ihr mehr Erfolg und dann den ein oder anderen Tipp für euch, für mich. Und ja, ansonsten sage ich danke fürs Einschalten. Bis bald.